Die zu veräußernde neue 3-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Dillmen. Das im Jahr 2019 erbaute Haus verfügt über vier Etagen. Die Immobilie befindet sich in der dritten Etage und wird über eine Erdwärme-Zentralheizung beheizt. Das Haus hat einen Personenaufzug. Das Objekt verfügt über einen Balkon, zwei Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Gästetoilette, einen Keller und einen Tiefgaragenparkplatz. Bei einer Wohnfläche von ca. 110 m2 beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf ca. 299.400 Euro. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon oder via Internet. »T casually auf den Berle!» »Tibel« »Tibel« »Tabel« » » »Hz 》